Hallo meine Lieben, ja wie schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute geht es um das Thema Folsäure. Wofür brauchen wir Folsäure, worin kommt sie vor und was passiert bei Mängeln? Also bleibt dran! Ja, das erste Mal wirklich mit Folsäure in Kontakt kommt man tatsächlich, wenn man schwanger ist oder wenn man Kinderwunsch verspürt. Zum Zeitpunkt des Kinderwunsches wird einem schon empfohlen, bereits Folsäure zu sich zu nehmen. Folsäure ist aus dem B-Komplex, ein Vitamin und es wird auch Vitamin B9 genannt. Es ist essentiell, das heißt der Körper kann das nicht selber herstellen. Wir müssen Folsäure über die Nahrung zu uns nehmen. Folsäure finden wir in Getreidearten, in Keimen, in Kleide, aber auch vor allem in Blattgemüse. Folsäure kommt auch aus dem lateinischen Begriff für Folium und Folium steht für Blatt, also gerade so dunkles Blattgemüse. Also Salate, Feldsalat, Spinat, Spargel, da finden wir überall Folsäure drin. In Blumenkohl, in Orangen und vor allem in Eigelb, ganz ganz wichtig, Eigelb und vor allem in Leber, in Flügelleber, Rinderleber, Kalbsleber und vor allem in Kalbsfleisch und auch in Rindfleisch. Folsäure brauchen wir für das Zellwachstum und auch für die Zellteilung. Gerade wichtig bei immer wiederkehrenden Zellteilungsprozessen im Knochenmark zum Beispiel. Dann ist Folsäure auch ganz wichtig bei der Blutbildung. Es ist ganz maßgeblich an der Bildung des roten Blutfarbstoffs beteiligt, das Hämoglobin. Also für die roten Blutkörperchen, dafür brauchen wir Folsäure auch. Der dritte Punkt ist zum Beispiel unser Immunsystem, gerade für unser Herz-Kreislauf-System. Dafür brauchen wir auch Folsäure. Und der wichtigste Punkt, der ist vor allem wichtig bei Kinderwunsch und im embryonalen Status, wenn man schwanger ist. Ja, da brauchen wir Folsäure, denn Folsäure ist ganz maßgeblich an der Synthese der DNA-Bausteine beteiligt. Ja, und deswegen ist es besonders wichtig, dass man wirklich dann auch schon zum Zeitpunkt des Kinderwunsches mit der Supplementierung von Folsäure beginnt und dann auch weitermacht während der Schwangerschaft und auch nach der Schwangerschaft, wenn man dann noch weiter stillt. Der physiologische Bedarf und die Referenzwerte belaufen sich bei erwachsenen Frauen ganz normal bei 300 Mikrogramm. Und sobald man schwanger ist, sollte man halt auf 800 hochgehen, einfach weil der Körper das sich selber herstellen kann und wir das über die Nahrung zu uns nehmen und tatsächlich nur in der Schwangerschaft, da besteht ein erhöhter Nährstoffbedarf. Ansonsten reicht es tatsächlich einfach aus der Nahrung sich die Folsäure zuzuziehen. Man muss jetzt nicht großartig supplementieren, ganz normal im Alltag, ganz normale Erwachsene. Wer ein ganz normales Leben führt, der braucht das jetzt wirklich nicht. Aber wenn man schwanger ist, wenn man stillt, da sollte man auf jeden Fall Folsäure zu sich nehmen oder wenn man extremer Leistungssportler ist. Aber auch da bitte erstmal immer nachfragen, Blutbild bestimmen und dann schauen, besteht ein Mangel, ja oder nein. Und dann kann man immer noch supplementieren. Es gibt sehr gute Nahrungsergänzungsmittel im Bereich der Schwangerschaft auf dem Markt. Da gibt es dieses Fembion und da gibt es auch diese Folsäure oder Folioforte. Ich selber habe mir in der Schwangerschaft Folio genommen, die 800er und auch, das habe ich auch genommen nach der Schwangerschaft noch. Das hat mir sehr gut geholfen. Ich denke, es hat mir gut geholfen. Alles ist gut gelaufen, Gott sei Dank. Und es gab auch keinen Mangel. Aber ich habe mich auch vorher schon bereits gesund ernährt. Das heißt, viel Gemüse, viel Obst, auch Fleisch gegessen. Ich bin kein Veganer, ich bin kein Vegetarier. Aber alles mit Bedarf. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, ihr wisst, woraus es ankommt in der Schwangerschaft. Warum ist Foliosäure so wichtig? Und falls ihr Fragen, Anregungen habt oder eine Idee für ein Video habt, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ich freue mich dann, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Dann macht es gut. Und für alle Mamis da draußen, ich wünsche euch eine wunderschöne Kugelzeit. Tschüss und bis bald. Frau Linda. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.